So, Tag 7 in der Hoppla, also in der unfreiwilligen Zwangspause und nach dem Live-Song gestern habe ich mir gedacht, warum nicht nochmal? Lasst uns doch mal ein flottes Liedchen heute intonieren, am besten was aus den guten alten 80ern, da fühle ich mich doch zu Hause. Deswegen geht es jetzt zu Camouflage und Love is a Shield. Werde ich es jetzt noch vorspielen? Kann man ja mal machen. Kommt man noch? Ach so. Okay. Kommt man noch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis morgen!